Yo, YouTube, was geht ab? Mein Name ist Charisma und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Ja, lang ist es her, aber das hat auch seinen Grund, den ich gleich erklären werde. Im Hintergrund, boah, keine Ahnung, seht ihr ein Gameplay vom Painclan? Suche ich mir mal ein schönes, kurzes Raus. Ich werde das eh zusammen cutten, weil das wird ein ganz kurzes Video sein. Nämlich, äh, ich habe echt keinen Bock mehr. Also, nicht weit verstehen, ich habe nicht keinen Bock mehr auf YouTube, sondern, ich habe keinen Bock mehr so, nur COD-YouTuber zu sein. Das Spiel macht mir mittlerweile kaum noch Spaß, die Community ist im Arsch. In jeder Lobby wird man beleidigt oder ich zum Beispiel sogar als Faker, wegen N7 und so. Also, das ist wirklich in jeder Lobby so. Und darauf habe ich echt null Bock mehr, also ich werde jetzt auch weniger Call of Duty zocken. Natürlich werden noch Commentaries in Call of Duty Style hier kommen, aber es wird auch jetzt anderes folgen. Zum Beispiel habe ich gestern mit dem Pixel, habe ich ein bisschen Mindbuilders aufgenommen. Also in Minecraft dieses Minispiel, was eigentlich ziemlich lustig geworden ist. Und, ja, ein paar Real-Life-Videos werden auch noch kommen. Da haben wir zum Beispiel heute, äh, Burger King in K1-Style verarscht, ja. Könnt ihr euch mal darauf freuen, wie bescheuert wir eigentlich sind. Und, ja, das ist eigentlich alles zu mir. Ich werde auch kein Lifestyle-YouTuber. Keine Sorge, diesen, diesen Schuh ziehe ich mir nicht an. Der ist mir zu niveaulos. Oh, hat er nicht gesagt. Ähm, ja, das war's. Ich werde jetzt ein vielseitiger Kanal, nicht nur Call of Duty. Wenn ihr euch, äh, freut, dann könnt ihr ja, keine Ahnung, irgendwas schreiben, was ich bringen könnte. Jetzt nicht irgendwie so, ja, spiel mal Bad Wars oder so, das ist voll geil. Nein, Bad Wars bringt wirklich viel zu viele. Ähm, ja, das war's. Bis zum nächsten Mal, haut herein und ciao.